Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und schön, dass ihr wieder am Start seid. In dem heutigen Video möchte ich gerne mit euch über Modetrends für 2021 reden. So, Leute, wie im Intro schon gesagt, in dem heutigen Video würde ich gerne mit euch über das Thema Modetrends für 2021 reden. So meine Erwartungen an das kommende Jahr, was ich denke, was so ein Trend sein wird, wohin es die meisten Leute zieht, was ich persönlich cool finde und was ich mir auch teilweise auch hoffe. Und ja, ich denke, wir fangen einfach mal an mit den Sachen, die ich am Start habe. Fangen wir an mit Punkt Nummer 1 und Punkt Nummer 1 ist auf jeden Fall dick auf der Liste Workwear. Das sieht man jetzt gerade schon sehr, sehr viel und es ist ja nicht so, dass ein Trend 2020 quasi da ist und dann 2021 nicht mehr da ist. Also Trends bzw. Sachen, die man anzieht, werden nicht abgekappt und im nächsten Jahr kann man die nicht mehr tragen. Das ist ja ein schleichender Prozess und jetzt gerade ist dieses ganze Workwear, ich sage mal Dickies, Card etc. gerade mega im Trend. Und ja, ich finde es auch ein sehr, sehr cooler Trend ist, weil es ist wirklich Low-Budget-Trend. Das Ganze ist easy bezahlbar. Es ist so krass, dass man Car-Hot-Hosen, diese Double-Front-Hosen nirgendwo mehr bekommt. Sie sind komplett ausverkauft. Ich finde es der helle Wahnsinn, was da gerade abgeht. Und ja, ich freue mich eigentlich darüber, weil ich es sehr nice finde. Bei Dickies ist der Trend auch nicht so extrem drüber geschwappt, aber ich finde die Sachen auch sehr cool. Und gerade auch die Dickies 874, also die klassischen Dickies. Oder wenn man nach Vintage-Dickies sucht, findet man auf jeden Fall easy noch Sachen. Aber ich gehe davon aus, dass Dickies nächstes Jahr auch noch mehr im Kommen ist. Und die sind sehr ähnlich wie Car. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass es sehr, sehr nice und ich mag diesen Trend. Und ja, man sieht auch, mir gefällt das einfach von den Silhouetten, wie die Sachen kombiniert sind. Und ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Trend, der auf jeden Fall nächstes Jahr auch noch auf dem Schirm sein wird. Machen wir weiter mit dem nächsten Punkt. Und der nächste Punkt knüpft quasi da an bei Workwear und das sind Vintage-Sachen. Also das sieht man auch sehr, sehr häufig. Diese ganze Car-Hot-Geschichte ist natürlich auch verknüpft mit Vintage-Sachen. Egal, ob es jetzt auf Vintage getrimmte Sachen sind, die quasi einfach nur veraltert werden. Oder wirklich Vintage-Sachen, die von alten Shops verkauft werden und dann nochmal ein zweites Leben quasi eingehaucht wird. Sodass derjenige, das im Kleiderschrank wirklich gerade aktuell im Trend sehr, sehr gut tragen kann. Finde ich ein sehr, sehr cooler Trend und das erwarte ich auch für 2021, dass es noch auf jeden Fall mega modern sein wird. Weil das sieht sehr cool aus, ist low budget, viele Leute können auch ein bisschen ihren eigenen Geschmack ausleben. Man muss nicht nur immer alles über einen Kamm scheren. Ich finde das sehr, sehr nice und ich finde das auf jeden Fall ein cooler Trend, der auch im kommenden Jahr auf jeden Fall für mich persönlich wirklich nur am Start sein kann. Ich mag auch dieses ganze Vintage-Levice-Thema, Vintage-Rock-T-Shirts, Vintage-Andere-Sachen, Jacken. Da gehen wir gleich noch drauf ein und das ist auf jeden Fall für mich ein Trend, der kommendes Jahr auch auf jeden Fall dick auf dem Schirm sein wird. Gerade dieses 90er-Thema, dieses ganze Oversize-Ge ist ja im Prinzip wieder aufgelebt und dementsprechend erwarte ich, dass das nächstes Jahr auf jeden Fall auch noch ein dicker Trend sein wird. Kommen wir zum dritten Punkt. Der dritte Punkt ist auf jeden Fall minimalistische Outfits. Was meine ich jetzt darunter? Ich meine da prinzipiell darunter Outfits, die so sehr, ja, sehr ineinander laufen, sehr eintönig sind, sehr einfarbig, ob es jetzt beige Looks sind oder Pastell Looks oder ich sag mal braunen Töne zusammen kombiniert. Das ist auf jeden Fall ein Trend, der gerade die letzten, ich sag mal anderthalb Jahre immer wieder zu sehen war und wo ich die Sachen finde, sind sehr nice kombiniert und das sieht immer sehr harmonisch aus. Ist auch noch für mich ein Trend, der auch kommendem Jahr von vielen Leuten getragen wird und auf jeden Fall, ja, modern sein wird. So Leute, unter Punkt 4 habe ich auf jeden Fall Custom-Sachen und das sieht man gerade aktuell immer, immer mehr. Ich sag mal, Bezug nehmt auf diese Card-Geschichte ist das natürlich, ihr habt ja von mir auch oder die Levis-Sachen, habt ihr auch Videos gesehen. Wer die noch nicht gesehen hat, kann die gerne abchecken, aber ich habe ja jede Menge DIYs gemacht und sind auch noch mehr in Planung. Und das sind halt eben Dinge, finde ich persönlich, wo man sich selber so ein bisschen ausleben kann, wie ich da in meinen Videos auch gerne sage, so ein bisschen seinen kleinen eigenen Stempel aufsetzen kann. Und das finde ich auf jeden Fall ist ein cooler Trend und ja, dass man das heutzutage tragen kann. Ich glaube, das hätte man vor ein, zwei Jahren oder zwei, drei Jahren auf jeden Fall nicht so tragen können. Da ging es nur um dickes Branding, dicke Logos hier, dies, das, jenes und dass dieses ganze Do-It-Yourself-Beziehungsweise Custom-Sachen in einem gewissen Stil, Ich meine, da gibt es auch Leute, die vielleicht nicht meinen Geschmack treffen und das, was ich mache, trifft auch nicht deren Geschmack. Aber ich finde diese ganzen Custom-Sachen extrem nice und ich denke, da kann man sich easy mit ausleben. Und ja, ich freue mich auch auf diesen Trend fürs kommende Jahr. Der nächste Punkt, den ich auf dem Zettel habe, sind auf jeden Fall Flirt-Hosen, also Schlaghosen. Das hört sich jetzt ziemlich krass an, aber das ist im Street-Style-Szenen auf jeden Fall jetzt schon, ich sage mal, von den Cool-Kids gerade aktuell so sehr getragen. Und dieses ganze 70er-Jahre-Thema flärt, ein bisschen cropped die Sachen, ein bisschen, ja, keine Ahnung, die Schuhe sind ein bisschen abgedeckt. Das ist so gerade mega, mega im Hype und ich gehe davon aus, dass dieser Trend auch auf jeden Fall noch ins nächste Jahr überschwappt. Und ja, das sieht auf jeden Fall nice aus. Das kann auf jeden Fall nicht jeder tragen. Ich persönlich tue mich da auch noch schwer, muss ich sagen. Gerade meine Hosen, die ich am Start habe, sind so ganz leichten Bootcut haben die, aber jetzt nicht so extrem. Ich finde, das sieht sehr nice aus und wenn man eine gewisse Silhouette hat und eine gewisse Optik hat, sieht das auf jeden Fall, ja, finde ich persönlich super cool aus. Aber das ist so ein Thema, das kann, wie gesagt, nicht jeder tragen. Trotzdem finde ich, ist es ein sehr, sehr nicer Trend. Ich habe mir jetzt auch mal so eine Flirt-Hose bestellt. Ich weiß nicht genau, wie die Idee ist. Die hat jetzt 60 Dollar gekostet. Die müsste jetzt die nächsten Tage auch ankommen und dann werden wir auf das Ganze auch nochmal in dem Video eingehen. Aber ja, dieses ganze Flirt-Thema finde ich ist auf jeden Fall mega interessant und ja, ich denke, das wird auf jeden Fall auch noch ein cooler Trend sein, der nächstes Jahr gern gesehen ist, auch von meiner Stelle aus. Und da gucke ich auch darauf hin, dass das Ganze auf jeden Fall, ja, nice wird. So, im nächsten Punkt würde ich gerne mit euch über das Thema Farben reden. Also nächstes Jahr erwarte ich auf jeden Fall, dass Grau sehr angesagt sein wird, Braun, Braun ist ja gerade aktuell schon mega im Trend und dann halt eben noch diese ganzen Pastelltöne, ob es jetzt dieses verwaschene Babyblau oder verwaschene Braun, verwaschene Beige, verwaschene Kaki, diese ganzen ausgewaschenen Sachen sind auf jeden Fall auch mega im Trend. Ich gehe nicht davon aus, dass nächstes Jahr Neon up-to-date sein wird. Also dieses Jahr war ja die Farbe Blau so ein bisschen im Trend, wohin ging ich mich da eigentlich gar nicht gesehen habe. Ich habe das aber bei vielen anderen gesehen und da sah das auch nice aus, aber das muss immer so ein bisschen zu einem passen. Ich finde, man muss nicht auf jeden Trend aufspringen, aber ich denke, nächstes Jahr auch dieses ganze Thema rund um Erdtöne, Brauntöne, Pastellfarben etc. wird auf jeden Fall auch mega modern sein. Und ja, alles andere werden wir halt sehen. Schwarz und Weiß geht halt immer und ja, keine Ahnung, man muss halt gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Aber ich glaube, diese Grau und Braun Varianten wird auf jeden Fall mega im Trend sein und ja, da freue ich mich auf jeden Fall, weil auch vieles aus meinem Kleiderschrank einfach diese Farben dementsprechend entspricht. Und ja, gerade auch Kaki. Kaki muss ich ein bisschen mehr ausprobieren. Ich finde diese Farbe extrem nice. Ich sehe das auch immer, wenn die Leute, ob es jetzt Safari Jackets sind oder sonst was, mega cool kombinieren. Und ja, da muss man einfach sich ein bisschen ausprobieren, ein bisschen testen, aber auch dem Trend sehe ich nächstes Jahr positiv entgegen. Und ja, das wird auf jeden Fall auch ein Trend sein, der nächstes Jahr immer noch modern sein wird. So Leute, kommen wir zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist natürlich das Thema College Jacken. Und ich weiß nicht, in wie vielen Videos ich euch schon das Thema College Jacken oder wie lange ich das schon gesagt habe, College Jacken gerade aktuell, ob es jetzt irgendwelche speziellen Varianten sind oder dieses ganze Vintage-Thema, diese ganzen Vintage-College Jacken, die auch gerade wieder mega im Trend sind, ja, das Thema College Jacken wird auf jeden Fall auch nächstes Jahr mega modern sein, mega cool aussehen. Und ich finde, das ist auch so ein kleines Evergreen. Man kann natürlich auch sagen, hey, eine College Jacke war auf jeden Fall nie wirklich außer Mode, aber es gibt, vor ein paar Jahren hat man noch Bombay-Jacken getragen und die trägt man jetzt aktuell nicht mehr. Und eine College Jacke aktuell ist wirklich so ein Piece, was man cool im Kleiderschrank anhat. Das macht das ganze Outfit so ein bisschen locker, ein bisschen, ja, ein bisschen mehr in den Casual, ein bisschen in den sportlichen Bereich. Und ich finde die Dinge einfach mega nice und ja, ich werde auf jeden Fall auch noch ein bisschen was aufstocken. Und ich muss sagen, ich habe hier eine College Jacke liegen, die wir demnächst auch mal customizen werden. Also ich habe so Patches besorgt, aber ich bin noch nicht ganz zufrieden. Ich suche da noch, beziehungsweise werde da jetzt auch mal einen größeren Patch anfertigen lassen. Und dann werden wir das Ganze einfach mal angehen. Und ja, Thema College Jacke ist bei mir auch noch dick, dick auf der Liste oben drauf. Das werden wir auch noch in den nächsten Tagen auf jeden Fall abarbeiten. Und ja, da freue ich mich auch hingegen, dass nächstes Jahr College Jacke auf jeden Fall mega modern und angesagt sein werden. So Leute, kommen wir zur nächsten Sache. Und das nächste Thema ist auf jeden Fall die Marke New Balance. Die haben dieses Jahr ein paar coole Collabos gehabt. Und ich finde auch gerade, und ich habe den Schuh auch selber, diese Collabo mit Amé Léon Doré, finde ich, ist ein sehr, sehr coole Collabo gewesen. Dieser New Balance 550. Und gerade zu diesem Schuh, ja, erhoffe ich mir, ich mag diese Schuh-Silhouette extrem gerne. Ähnelst so ein bisschen dem Louis Vuitton Trainer. Und ja, da kommen nächstes Jahr auf jeden Fall verschiedenste Varianten raus. Die werden da auf jeden Fall released. Und ich denke mal, das ganze Thema New Balance ist bei vielen Anfang des Jahres auf jeden Fall noch nicht so dick auf dem Schirm gewesen wie jetzt aktuell. Und das ist eine sehr, sehr coole Marke, die auch meiner Meinung nach nächstes Jahr mega im Trend sein wird. Und die sind auf jeden Fall am richtigen Weg. Finde ich ganz nice. Finde ich, das ist eine coole Alternative zu Nike, Adidas und Co. Und dementsprechend, ja, finde ich auch das, oder erwarte ich auch das, dass es ein sehr, sehr interessanter Trend sein wird fürs nächste Jahr. So Leute, kommen wir zum letzten Punkt. Und der letzte Punkt ist so ein bisschen das Thema Cropped-Sachen. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an und soll jetzt auch keiner baufrei oder sowas tragen. Aber dieses ganze, ich habe ein T-Shirt, was so ein bisschen boxy geschnitten ist, aber ein bisschen cropped geschnitten ist. Oder eine Jacke, die ein bisschen cropped geschnitten ist. Ist auf jeden Fall etwas, was nächstes Jahr mega im Trend sein wird. Und ich gehe davon aus, dass das Ganze noch ein bisschen mehr Überhand nimmt. Man kriegt das in mehr Läden, man wird das überall zu kaufen kriegen. Und ich finde, das ist eigentlich ein ganz cooler Trend, weil wenn die T-Shirts zu lang sind, dann mir gefällt es halt einfach nicht. Und ich finde persönlich, das ist mega interessant. Auch das muss man tragen können, auch das muss man kombinieren können. Aber ich denke, das Thema Cropped wird auf jeden Fall nächstes Jahr auch ein super Trend sein. Wie gesagt, diese ganzen Themen, diese ganzen Trends sind so ein schleichender Prozess. Man kann das nicht runterbrechen, dass das jetzt modern ist und morgen nicht mehr. Ich finde solche Themen sehr interessant. Und wie gesagt, auch nicht jeder kann alles tragen. Aber diese ganzen Modetrends, die ich erwarte fürs nächste Jahr, sind auf jeden Fall etwas, wo man sich selber so ein bisschen drin sehen kann. Sich so ein bisschen rauspicken kann, was man davon mag, was man davon nicht mag. Auch testen etc. Und ich denke, jedem Punkt, den ich abgearbeitet habe bzw. euch erklärt habe, wird auf jeden Fall nächstes Jahr ein bisschen für jedermann zugänglich sein. Natürlich, wenn diese ganzen Standardsachen, ob es jetzt Classy Manswear oder diese ganzen Casual-Sachen, die ganz normalen Sachen, die jetzt nicht so mega trendy, sondern einfach schöne, schlichte, einfache Basics-Sachen sind, auf jeden Fall immer noch im Trend sein. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall aufs kommende Jahr aus verschiedener Hinsicht. Ich denke, jeder möchte in 2020 einfach ein bisschen so einen Schlussstrich ziehen. Oder zumindest fast jeder. Es war eigentlich für mich das schönste Jahr meines Lebens, weil dieses Jahr einfach mein Sohn geboren wurde. Aber ja, über Corona müssen wir nicht reden. Dass das Ganze uns allen so ein bisschen das Leben schwer gemacht hat, ist natürlich eine traurige Geschichte. Trotzdem war es ein schönes Jahr für mich. Und ich hoffe natürlich und ich freue mich aufs nächste Jahr, dass das Ganze einfach noch schöner wird. Und dementsprechend, ich hoffe, euch haben die Trends gefallen. Beziehungsweise meine Modeprognose für 2021 sind eigentlich einfache Sachen. Sind auch alles meiner Meinung nach logische Sachen. Und ja, das war es auf jeden Fall mit dem Video. So Leute, auch heute habe ich wieder eine Kleinigkeit im Weihnachtskalender für euch. Ich muss leider schon auf mein Haupt gestehen, ich habe das gestern vergessen. Deswegen verlose ich heute unter diesem Video zweimal 15 Euro Zalande-Gutschein. Denn ich natürlich alles, was ihr gesehen habt an den Weihnachtsgeschenken, die ich euch im Prinzip zukommen lasse, etc. Sind alles Sachen, die ich aus meiner eigenen Tasche bezahle. Ich habe hier nichts gesponsert oder sonstige Sachen, die ich wirklich, ja, selber bezahlt habe, etc. Und ja, auch diesen Punkt ist so ein Thema für sich. Ich mache sowas gerne, ich gebe gerne was zurück. Ich kriege von euch durchweg positives Feedback. Und ich hoffe, wir haben auf jeden Fall nächstes Jahr ein schönes Jahr zusammen. Und ja, die Videos gehen natürlich noch weiter. Ich denke, das war es mit dem Video. Ich verquatsche mich gerade ein wenig. Deswegen Leute, Abo, liken und dann sehen wir uns morgen wieder. Peace, ciao.